Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2021 zeige ich Ihnen aus unserer Reihe Erste Schritte mit der neuen Werkzeugverwaltung, das Importieren von Werkzeugen aus CAM-Projekten und aus vorhandenen Werkzeugkatalogen mit der Endung Tab. Wenn Sie mit SolidCAM 2021 ein Bauteil programmieren möchten und Werkzeuge aus einem schon vorhandenen CAM-Projekt oder einem existierenden Werkzeugkatalog einer älteren SolidCAM Version importieren möchten, können Sie dieses mit der neuen Werkzeugverwaltung sehr einfach durchführen. Ich habe mit der neuen Werkzeugverwaltung mal die Werkzeugliste dieses CAM-Projekts geöffnet und sie ist leer. Ich habe nun mehrere Möglichkeiten Werkzeuge hinzuzufügen. Ich kann über diese Symbole Fräswerkzeuge, Bohrwerkzeuge und spezielle Werkzeuge hinzufügen, Halter und habe im unteren Bereich die Möglichkeit Importfunktionen auszuführen. Ich kann hier Werkzeugkomponenten hinzufügen, Werkzeugkomplettwerkzeuge und mit dieser Funktion kann ich Werkzeuge von Maschinen, Werkzeuglisten oder von CAM-Teilen importieren. Wenn Sie den Pfeil neben dem Symbol anklicken, startet das Importfenster. In diesem Importfenster gibt es nun unten rechts die Möglichkeit, verschiedene Dateiendungen aufzurufen, um zum Beispiel Werkzeuge aus einem umkomprimierten CAM-Teil zu laden oder aus einem komprimierten oder aus einer XLS-Datei oder aus einer schon vorhandenen Werkzeugliste Tab. Ich möchte das Ganze nun zunächst aus einem schon vorhandenen CAM-Teil importieren. Hierfür wechsle ich meinen Ordner und möchte aus diesem CAM-Teil die Werkzeuge in mein neues CAM-Projekt importieren. Das Ganze wird mit Öffnen geöffnet und wir sehen alle Werkzeuge, die in dem schon vorhandenen CAM-Projekt eingesetzt wurden. Die Werkzeuge werden hier aufgelistet und ich habe nun die Möglichkeit, einzelne Werkzeuge zu importieren. Mit der rechten Mausteste kann ich das Ganze zum Beispiel jetzt in mein Magazin oder meine Spindel einbauen. Oder aber ich markiere alle Werkzeuge dieses Werkzeugkatalogs und kann das gleiche machen. Oder aber Sie markieren alle Werkzeuge und klicken unten rechts auf den grünen Pfeil wählen. Automatisch werden alle Werkzeuge des vorhandenen CAM-Projekts in das neue CAM-Projekt geladen. Als nächstes werde ich nun Werkzeuge aus einem älteren SolidCAM-Werkzeugkatalog laden. Dies funktioniert auch über diese Funktion von Maschinen-Werkzeugliste laden. Im Importfenster wird das Ganze jetzt von mir auf Tab umgestellt und habe hier meinen Werkzeugkatalog aus der Version SolidCAM 2020. Ich klicke auf Öffnen und auch nun werden mir alle Werkzeuge dieses älteren Werkzeugkatalogs hier angezeigt. Das Importieren kann ich auf die gleiche Art und Weise machen wie im vorherigen Beispiel. Ich kann mehrere Werkzeuge einbauen in mein Magazin oder ich markiere alle Werkzeuge dieses Werkzeugkatalogs und nutze dann die Funktion wählen. Und Sie sehen, alle Werkzeuge wurden in den Werkzeugkatalog dieses neuen CAM-Projekts importiert. Sie tauchen auch hier auf in der Auflistung und ich kann direkt mit der Programmierung mit diesen Werkzeugen dann beginnen. Hier noch ein Hinweis, wenn Sie mehrere Werkzeuge auswählen, werden diese der Reihe nach importiert und bekommen die nächste verfügbare Werkzeugnummer Position im Magazin zugewiesen. Falls nicht bereits belegt, bleiben die Werkzeugnummern vom Import enthalten. Da ich meine Werkzeuge alle auf permanent eingestellt habe, bleibt die Werkzeugnummer ebenfalls die gleiche. Bei Bedarf können die Werkzeuge in der Werkzeugtabellenliste durch klicken und ziehen einfach neu sortiert werden. Für weitere Informationen und SolidCAM Professor Beiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.